ja hallo ich grüße dich auch gerne an dieser stelle nochmals tier ein wunderbares super geniales fortbringendes erfolgreiches stimmiges passendes neues jahr 2023 ja um das geht es kurz in diesem video also die frage was meinst du was meinst du wie wird es dir im neuen jahr 2023 ergehen ja vielleicht eine lustige frage vielleicht bist du auch schon ganz sicher vielleicht bist du unsicher ich wollte nur kurz darauf hinweisen einfach impulse geben entsprechende das grundsätzlich also egal was ich jetzt zum beispiel von den zahlen her für tipps geben für das neujahr oder was bekannte astrologinnen oder astrologen dazu sagen oder was helfen ja dazu sagen oder sonstige menschen ja also unabhängig davon ja was da alles für prognosen gestellt worden sind für dich selbst oder auch für die gesellschaft die ganze welt in erster linie ja sehr sehr wichtig einfach das immer wieder zu vergegenwärtigen in erster linie bist du selbst autorisiert ja das ist wirklich ein schlagwort autorisiert also du selbst bist autorisiert ja zu bestimmen wie es dir in diesem neuen jahr 2023 ergehen werden soll also wie was was da kommen soll achtung mir ist schon bewusst die 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 karmischen geschichten die lebensgeschichten oder lebenspläne oder oder seelenpläne und so weiter und so fort ja 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 es gibt durchaus für vieles so eine art roten faden aber du kannst immer noch du selbst kannst immer noch sehr sehr vieles dazu beitragen beziehungsweise ergänzen konstruktiv ergänzen verbessern so und so und so gestalten also da bist du nicht so stark eingeschränkt als du das vielleicht meinen oder oder glaubst oder 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 manche menschen glauben also ich bin der vollsten überzeugen davon also wir alle wir haben schon ein schönes stück freiheit dass eben nebst dem inkarnationsprogramm dem seelenprogramm eben selbst einiges zu bewirken zu fördern vorzubringen und so gesehen erwunder ich dich einfach ja vorzuschauen vorzumachen das was dir passend stimmig ist das wo du weißt ja das tut mir gut beziehungsweise das würde mir gut tun dass du da dass du daran bist dass du daran arbeitest dass du zum beispiel jeden tag entsprechend und visualisierst jeden tag mit vollen gefühlen reingehst und da auch gedanken dass du dir jetzt auch anfangs jahr das kannst du dir auch aufschreiben ja schön 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 auf einem blatt papier gut sichtbar kannst du es auch irgendwo aufhängen dann einfach dass du dir die dinge aufschreibst was du vorzubringen möchtest ja und dann das jeden tag immer wieder betrachten immer wieder voll reingehen dir die erreichten situationen dann immer wieder auch vorzustellen ja also du siehst dich bereits in dieser lage ja also einfach alles dafür tun also da kannst du wirklich sehr sehr viel selbst autorisieren ich sage nochmals selbst bestimmen du bist gott mensch du kannst sehr vieles selbst eben da vorerst bringen ja in diesem sinne nochmals also gutes gelingen ja alles gute und bis in einem anderen video ciao